Morgen früh wird Henrik Mandelbaum einen Freund wiedersehen, nach mehr als 50 Jahren. Freunde aus der Hölle, sagt Henrik Mandelbaum, gibt es halt selten. Mit 77 Jahren steht Schlomo Venezia nicht mehr oft hinter der Ladentheke seines kleinen Souvenirgeschäfts an der Plaza di Trevi in Rom. Ursprünglich stammt er aus Saloniki in Griechenland. In Italien lebt er schon seit Jahrzehnten. Woher könne er so gut Deutsch fragen, ihm die Touristen aus der Bundesrepublik? Das habe er vor mehr als 50 Jahren gelernt, erzählt Herr Venezia und beendet rasch das Gespräch. Ungern spricht er über das, was damals passiert ist. Er sucht Ruhe und findet sie nicht. So sehr er sich auch auf das Wiedersehen mit Henrik Mandelbaum freut, an seinem Leiden wird sich nichts ändern. Eine Stunde bin ich lustig, sehr selten. Dann bin ich vielleicht drei Tage so traurig und niemand weiß warum. Ich liebe zu bleiben immer allein und nicht am Kontakt mit den Leuten. Und Freunde von mir, die als Italiener hier, die kommen zu mir, warum bist du immer allein? Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht sagen. Das ist eine Krankheit ohne Namen. Eine Krankheit ohne Namen. Bilder im Kopf, die nicht verschwinden wollen. Mord, Tod, Frauen und Kinder. Immer wieder Kinder. Vor diesen Bildern hat Henrik Mandelbaum Angst. Heute Nacht kommen sie zurück. Vor der großen fremden Stadt sieht Henrik Mandelbaum nichts. Er ist auf einer anderen Reise. Dorthin, wo alles begann. Als Schlomo Venezia und Henrik Mandelbaum in Auschwitz-Birkenau ankamen, glaubten sie, es sei ein Arbeits- und Familienlager. So hatte man es ihnen vorher erzählt. Sie und tausende mit ihnen verließen die Viehwaggons, in denen Juden aus fast allen Ländern Europas hier eintrafen. Um sie herum bewaffnete SS-Soldaten und kläffende Hunde. Nun standen sie auf der sogenannten Rampe. Selektion. Arbeitsstarke nach rechts, alte, kranke Frauen und Kinder nach links. Hier und da ein Häftling im gestreiften Anzug, der den Neuankömmlingen das Gepäck abnahm. Nur die Jungen und Kräftigen sollten bleiben. Frauen wie Männer. Mitunter weniger als ein Viertel der Transporte. Unter den Männern, die blieben, wurden einige zu einer besonderen Arbeit ausgesucht. Zur Arbeit im Sonderkommando. Mehr sagte man ihnen nicht. Die SS-Arbeitsdienstführer suchten die Männer aus. Den Arbeitseinsatz organisieren mussten sogenannte Funktionshäftlinge. Einer von ihnen war der nicht-jüdische politische Häftling Josef Mikusch. Sie haben sie angeschwindelt. Sie sagten, sie bräuchten Tischler, Ärzte, Ingenieure und so weiter. Aus diesen Leuten bildeten sie das Sonderkommando, das unterschiedlich groß war. Von 400 bis 800 Personen. Ich habe gesagt, Friseur. Weil ich habe gedacht, werde ich Friseur sein. Dort habe ich die Möglichkeit, vielleicht ein Stück Brot mehr zu haben. Werde ich nicht sein, wenn es regnet oder kalt ist, bin ich dort, ist warm. Habe ich gesagt, Friseur. Mein Bruder hat auch gesagt dasselbe. Ein anderer hat gesagt Elektriker. Ein anderer hat gesagt Zahnarzt. Und nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht mehr genau, nach drei oder vier Wochen, kam der Arbeitsdienstführer und wählte uns aus für die Arbeit. Aber er sagte nicht zu was für eine Arbeit. Da gibt es gar keinen Vergleich zwischen den Häftlingen im Lager und dem Sonderkommando. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Zusätzlich dazu, dass sie Häftlinge waren, arbeiteten sie auch noch im Sonderkommando. Das war dermaßen tragisch. Ich weiß gar nicht, wie man sich so etwas ausdenken kann. Und plötzlich war ich im Sonderkommando. Das erfuhr ich aber erst, als sie mich zum Arbeitsplatz gebracht hatten. Dort zum Krematorium Nummer 5. Und dort sah ich zum ersten Mal im Leben diese Tragödie. Und was sollte man tun? Nein, sagen ging nicht. Dann legten sie dich um, sie erschießen dich einfach. Es gab keinen Ausweg. Manchmal besucht Henrik Mandelbaum die Ruine des Krematoriums Nummer 5. Als Sonderkommando-Häftling arbeitete er in verschiedenen Krematorien. Doch die Zeit hier wird er niemals vergessen. Er war 21 Jahre alt, als man ihn hierher brachte. Und es war seine erste Begegnung mit dem Tod. Wohlbehütet sei er aufgewachsen. Sein Vater Handwerker, seine Mutter, für ihn die beste Frau der Welt. Beide sah er bei ihrer Deportation zum letzten Mal. Und dann Krematorium Nummer 5. Als ich damals hierher kam, lagen überall die vergassten Toten. Als ich das sah, bin ich vor Schreck erstarrt. Es kam mir vor, als hätten sie mich in die Hölle gebracht. Überlebende des Sonderkommandos. Als Augenzeugen des Massenmordes waren eigentlich auch sie zum Tode verurteilt. Niemand sollte jemals über den Vernichtungsprozess berichten können. Von 2.100 Männern des Sonderkommandos überlebten etwa 80. Sie bauten sich ein neues Leben auf. Die meisten schwiegen, nahmen ihre Erinnerungen mit ins Grab. Heute leben nur noch wenige. Die Menschen verließen die Viehwaggons beladen mit Gepäck. Kleider, Schuhe, Bettzeug, Arbeitsgeräte, Schmuck, persönliche Erinnerungen, all das hatten sie bis hierher mitgebracht. An der Rampe blieb es zurück. Häftlinge sammelten Koffer und Bündel, brachten sie nach Kanada. So nannte man in Auschwitz-Birkenau die Baracken, in denen sich die Besitztümer der Deportierten stapelten, um später nach Deutschland transportiert zu werden. Und während die Häftlinge des Kanada-Kommandos den Inhalt aus Koffern und Taschen sortierten, beobachteten sie, wie die einstigen Besitzer dieser Dinge warteten. Drüben, in dem kleinen Wald, da warteten sie, ohne zu wissen worauf. Manchmal warteten Familien, sie warteten im Wald bei den Krematorien. Sie warteten in der Schlange und kleine Kinder spielten dabei noch mit ihren Puppen und Mütter gaben ihren Kindern zu trinken von dem Wasser aus dem Wasserhahn dort. Sie warteten dort, als wäre es ein Picknick. Ein Picknick. So gingen die Armen dann. Sie gingen zum Krematorium 5, dort im Wald, wo alles umzäunt war. Dort war nicht einmal zu sehen, dass es ein Krematorium gab. Wenn sie dort entlang gingen, war der Weg rechts und links umzäunt von Zweigen und Ästen. Von Weitem sah man noch nicht einmal den Kamin. Krematorium Nummer 5, wie es damals aussah. Heute sind hier nur noch Ruinen. Die SS sprengte es vor der Befreiung durch die Sowjets. Spurenbeseitigung. Doch als die Rote Armee das Gelände betrat, entdeckten sie, dass das ehemalige Gebäude mehr war als nur ein Krematorium. Sie fanden die Fundamente mehrerer Gaskammern und eines Verbrennungsraums. Darin Überreste menschlicher Asche. Ich schaue mir nie einen Toten an oder Unfälle. Das ist bis heute so, denn das bringt mich ganz durcheinander. Jeden Tag, wenn ich schlafen gehe und die Augen schließe, dann sehe ich das ganze Auschwitz. Dann habe ich das ganze Auschwitz vor Augen. Menschliche Körper brennen. Rauchen mit Flammen. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Und dort musste ich dann arbeiten, bei diesen Toten, beim Verbrennen der Leichen. Es ist kein Feuer, das man löschen kann. Ich lebe damit, weil ich damit leben muss. Einmal am Tag steht Maurice Kesselmann in Miami Beach am Meer. Hier kann er seine Gedanken sammeln. Dass er noch lebt, empfindet er immer wieder als ein Wunder. 1944 kam der gebürtige Pole mit 16 Jahren ins Sonderkommando. Er war der Jüngste und die Kameraden versuchten, die schlimmsten Arbeiten von ihm fernzuhalten. Doch noch Jahrzehnte nach dem Krieg quälten ihn Albträume. Als ich neu in das Sonderkommando kam, war ich irgendwie aufgeregt. Ich wusste ja gar nicht, was dort vorging. Ich konnte mir das wirklich nicht ausmalen, was dort geschah. Aber diejenigen, die schon lange dabei waren, haben uns neu beruhigt. Sie sagten, dies ist jetzt die Situation, ihr müsst damit leben. Wenn ihr das nicht schafft, dann müsst ihr euch umbringen. Oder ihr müsst dafür sorgen, dass die SS euch erschießt. Sicher, viele der Mithäftlinge verübten Selbstmord, die genug Kraft hatten, sich umzubringen. Aber es war keine große Anzahl. Der Rest ging zur Arbeit. Ich, so ergab es sich, habe die Leichen aus der Gaskammer geholt. Das sollte meine Arbeit sein. Die anderen, also Gabay war oben bei den Öfen, Schlomo war bei den Haaren, Leon Cohen war bei den Zähnen. Wir lebten alle wie auf dem Mond. Der Mond, das waren die vier Krematorien von Birkenau. Das erste Krematorium befand sich im Stammlager Auschwitz. Die anderen vier in Birkenau wurden fortlaufend nummeriert. An manchen Tagen vernichtete die SS dort bis zu 12.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Wenn ihr gut arbeitet, wenn ihr gehorchsam seid, dann habt ihr das Glück, die Chance, drei Monate zu leben. Das gehe ich nicht durch. Morgen früh, sagte ich mir, gehe ich zum elektrischen Zorn und bringe mich um. Ich habe gewusst, dass wir alle nicht auszunehmen, dass wir sind hier, um zu arbeiten und zu sterben. In der Nacht dachte ich dann, dass es doch nicht so weise ist, sich umzubringen. Man muss weiterleben, um den Menschen zu erzählen, was ich gesehen habe und was ich gezwungen war zu tun. Die Häftlinge des Sonderkommandos lebten zunächst im Block 13 des Männerlagers in Birkenau. Besonders scharf bewacht von der SS. Kontakt zu anderen Häftlingen war untersagt. Ihre Arbeit sollte geheim bleiben. Immer wieder wurden sie gruppenweise liquidiert. Das Sonderkommando war von den anderen Häftlingen isoliert. Wir hatten eigene Räume. Das heißt, die Baracken waren von den anderen getrennt. Der Kontakt zu anderen Häftlingen war nicht erlaubt. Und zwar deshalb, damit andere Häftlinge nicht die genaue Wahrheit darüber erfuhren, was in den Krematorien vor sich ging. Als ich dort ankam, wusste ich, dass im Sonderkommando immer mindestens 200 Männer arbeiteten. Also fragte ich diejenigen, die noch dort waren, wo denn die anderen Männer hin seien. Sie antworteten, weißt du, die haben ihre Methoden, die bringen immer wieder neue Männer ins Kommando, als Ersatz für die, die sie umbringen. Damit wollen sie verhindern, dass am Ende des Krieges noch irgendeiner am Leben ist, der die ganze Geschichte erzählen kann. Sie sind sehr vorsichtig und tauschen die Leute immer wieder aus. Der französische Maler David Olaire, er starb bereits 1985. Auch er war Häftling im Sonderkommando. Was er gesehen und erlebt hat, bandte er auf Papier und Leinwand. Seine ersten Zeichnungen entstanden unmittelbar nach der Befreiung 1945. David Olaire wollte seine Erinnerungen so schnell wie möglich für die Nachwelt erhalten, ehe er irgendein Detail vergessen konnte. Es ist angekommen ein Transport, ungefähr 1500 Menschen auf einmal. Meistens Frauen mit Kindern, kleine Kinder auf den Armen und ältere Menschen. Als ein Transport angekommen ist, haben sie bekommen einen Befehl, herein, schnell in die Auskleidungskammer, ausziehend die Kleider, ganz nackt. Sie sollen sie ausziehen und achtgeben auf ihre Sache. Dort in der Wende waren die Hänge mit der Nummer. Sie sollen achtgeben, nicht vergessen die Nummer, weil sonst, wenn sie zurückkommen, werden sie nicht mehr finden. Wir mussten die Sachen aufpassen, auflegen und helfen, die ältere Menschen und Kinder ausziehen, ganz nackt. Eine ältere Dame, sie hat nicht gewusst, dass sie zum Tod geht. Und die haben müssen, dort kommen alle ganz nackt, ganz so. Und die Dame, leider, hat sie die Strumpfe, sei das etwa so, eine Strumpfe ist heruntergegangen. Und ich habe sie geholfen, wegzunehmen, weil ich habe gewusst, man hat auch nicht Zeit gehabt, weil sonst konnte die Deutschen mit uns. Also ich habe geholfen, auszuziehen. Und sie hat Angst gehabt, nicht zu verlieren, diese Strumpfe. Ich habe sie heruntergenommen, sie hat sie raufgestorben. Während dem Ausziehen haben wir mit den Leuten gesprochen. Es waren viele Fragen von den Menschen. Wo befinden wir uns und was macht man mit uns hier? Wir waren Schwierigkeiten, wir wollten kein Liegen sagen, die Leute. Und wir wollten auch nicht die Wahrheit sagen, genau, was mit ihnen passiert hier. Man hat uns dazu gezwungen, wir waren doch ordentliche Menschen. Das war ein Unglück für uns, ein Unglück. Was soll man sonst noch dazu sagen? Das war ein Schicksalsschlag. Wir sind Geschlagene, vom Schicksal Geschlagene. Darauf gibt es keine Antwort. Jeder, der dorthin kam. Man ermordete dort ganze Familien, Kinder. Es war eine Katastrophe. Wir haben alles gesehen. Aber du konntest ja nichts sagen. Denn selbst wenn man es den Menschen gesagt hätte, man hätte sie nur unglücklich gemacht. Und sich selbst dazu. Ein Wort und die SS machte dich fertig. Kurzen Prozess. Da gab es nichts. Keine jungen Männer sind da. Nur die alten Männer sind bei uns. Und Frauen und Kinder, wo sind die Jungen? Was kommt hier vor? Wenn wir einmal erzählt haben, was hier vorkommt, war hysterisch, waren sie. Und die SS sind nachher angekommen und geschlagen. Und warum erzählt ihr? Warum sagt ihr? Ihr müsst einfach sagen, die gehen in eine Sauna rein, sich faschen und sie kommen gleich wieder raus. Hier ist die Stelle, wo die Gaskammer war. Wo die Menschen vergast wurden. Dort drüben war der Auskleideraum. Nachdem sie sich ausgezogen haben, kamen sie hier rein. Wenn die Kammer voll war, schlossen die SS-Männer sie zu. Und die sind ganz naiv rein an die Gaskammer. Aber sobald wir sie reingekommen sind und man hat angefangen zu stoßen, die Menschen eins auf den anderen. Die Gaskammer war viel kleiner, kleiner wie die Auskleidungskammer. Haben sie gesehen, das ist nicht menschlich. Haben sie angefangen zu schreien. Da wurde es lauter. Nicht selten versuchten sie wieder herauszukommen. Die SS-Männer schlugen dann mit Knüppeln auf die Köpfe, auf die Stirn, bis die Menschen bluteten. Die Gesichter der Leute waren so traurig, weil sie haben gesehen, das war der letzte Moment. Das ist kein Ausgang, das ist kein Fenster, gar nichts. Nur diese Tür, die dort war. Aber es hat nichts geholfen. Man hat sie reingestoßen und die Tiere zugemacht. Hier an der Mauer waren zwei Fenster. Dadurch warfen SS-Männer Zyklon B hinein. Es kam darauf an, wie viel, zwei oder drei Büchsen. Das Zyklon hatte die Eigenschaft, es war wie Nebel. Und wenn die Menschen einatmeten, also wenn sie Luft holten, so nahmen sie das in sich auf. Sie wissen, was heißt das Sticken, ein Mensch. 15, 20 Minuten. Wir haben die Schreien gehört von den Leuten. Wir haben gehört, sie schreien, Schmarr Israel, sie schreien und sie weinen. Das kann man nicht vergessen. Die Leute sind nicht so schnell gestochen, wenn es dauert, 10 Minuten, 12 Minuten. Aber die Leute sind von drin, der Körper von den Leuten explodiert. Einen sind die Augen draus gekommen, ein anderer. Es hängt ab, wie einer stark war. Die haben nicht können atmen, natürlich. Und einer hat es gemacht von unten, anderer hat gebrochen, Blut und verschiedene andere Sachen. Und wir sind geblieben von draußen und wir haben da geschreien, gehört. Hat gedauert, 5 bis 10 Minuten hat man auch gehört, schreien. Nachher hat man nur gehört, atmen. Und nach 20 Minuten haben die SS-Leute aufgemacht, die Tiere. Oh Gott, ich kann kaum daran denken, wie traurig es war, was mit den Menschen geschah. Diese Menschen, sie bissen sich in die Hände und sie machten, sie können sich das nicht vorstellen. Ich will mich nicht an das erinnern, was dort geschah. Die Leute sehen mich an und sagen, das ist ja ein Verbrecher, weil ich die Toten verbrannt habe. Habe ich das aus eigenem Willen getan? Habe ich das getan? Ich habe das getan, weil ich es tun musste. Schließlich getötet haben die Deutschen. Nicht ich habe getötet. Es gab aber keinen Ausweg, denn wie ich schon sagte, ich wollte leben. Ich kämpfte darum, zu überleben. Ich wollte nicht als junger Mensch zur Hinrichtung gehen. Von selbst. Einfach so. Von den Sonderkommando-Häftlingen haben doch nur ganz wenige überlebt. Israel in den 60er Jahren. Damals begegneten viele, vor allem junge Israelis, den Überlebenden der Vernichtungslager mit dem Vorwurf, sie hätten ohne Gegenwehr der Vernichtung des eigenen Volkes zugeschaut. Seien schwach und nur auf das eigene Überleben bedacht gewesen. Mancher Sonderkommando-Häftling schwieg seitdem, fühlte sich unverstanden. Lemke Plischko lebt in einem Kibbutz. Wer nicht in Auschwitz war, sagt er, wird es nie verstehen. Wissen Sie, man gewöhnt sich an alles. Wer das nicht weiß, der muss lernen, dass das Leben so ist. Jeder will noch einen Tag leben. Ich wollte nicht, dass darüber jemand Bescheid weiß. Warum? Ich habe mich geschämt. Auch meiner Frau habe ich es niemals erzählt. Den Kindern auch nicht. Die Tochter weiß schon ein bisschen mehr darüber. Aber sie hat gesagt, sie möchte nichts mehr darüber hören. Aber jetzt. Ich will nicht mehr darüber hören. Shaul Hassan ist 1924 in Saloniki geboren. Nach dem Krieg wanderte er nach Israel aus. Auch er hat seine Erinnerungen an das Sonderkommando lange für sich behalten. Nicht Scham oder Schuldgefühle hinderten ihn zu sprechen, sondern die Angst um sein seelisches Gleichgewicht. Er wollte vergessen. Die grausamen Bilder in seinem Kopf auslöschen. Was man dort sehen musste. Ein Mensch wird darüber wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, wie ich darüber sprechen kann. Eigentlich müsste man dort 100% verrückt rauskommen. Nicht 99, 100% verrückt. Aber der Gedanke, dass wir unschuldig waren, das ließ uns überleben. Das war das Gefühl. Bis heute kann ich nicht damit leben. Bis heute kann ich nicht damit leben. Die Nächte sind sehr lang. Ich bin krank. Ich habe gerade einen Hirnschlag hinter mir. Am Donnerstag gehe ich zu einem Psychiater, damit er mir etwas verschreibt. Vielleicht kann er etwas tun, damit ich nicht so sehr leiden muss. Es ist alles unfassbar gewesen. Wenn wir die Gaskammer öffneten, sahen wir, dass diese Menschen im Stehen gestorben waren. Einer neben dem anderen. Die Köpfe geneigt. Alles war voller Kot. Und die Dinge, die sie mitgenommen hatten, Handtücher, Seife und Wertsachen, lagen auf dem Boden herum. Man kann nicht sagen, wir haben sich daran gewöhnt. Weil der Schmerz war groß. Wir haben sehr viel gelitten, dass wir das alles gesehen haben. An jedem Transport, dass wir sind rein, nach der Vergasung, haben wir geguckt auf die Gesichter, ob Bekannte da sind, ob Familie hier ist. Wir waren nicht gleichgültig. Es war fürchterlich. Es war ja nicht so, dass die Deutschen die Menschen töteten und wir bringen sie dann einfach irgendwo hin. Die Toten klebten aneinander, obwohl ja die Vergasung nicht lange gedauert hat, etwa zehn Minuten. Wir konnten sie kaum voneinander lösen. Es war eine Sklavenarbeit. Wir haben gesagt, jemand soll dort in der Ecke gehen, tief, natürlich, wo die Leichen sind gestanden. Es war so. Also es ist gegangen bis zum Ende. Es hat stehen geblieben, dort eine Sekunde, zwei Sekunden. Hat geschaut, von wo kommt diese. Es war ein kleines Kind von ungefähr zwei Monaten, wo er war, in der Brust von der Mutter, hat er gezogen, wie sagt man, Milch. Und vielleicht war die Mutter, bis wann war Leben, sie hatte Milch gehabt. Aber nachdem die Mutter gestorben ist, hat er nicht mehr Milch bekommen. Und vielleicht hat er angefangen, die Kinder weinen, nur weinen. Man hat ihn rausgenommen von dort und dann natürlich, die SS hat ihn, einen Schuss, fertig. Während eine Gruppe die Leichen fortschleppte, mussten andere Männer die Gaskammer reinigen. Blut, Kot, Urin, Erbrochenes, die verdächtigen Spuren des Todeskampfes wurden restlos abgewaschen. Als ob nichts gewesen wäre. Sauber und bereit für den nächsten Transport. Als ich dort arbeitete, wollte ich diese Toten erst an der Hand greifen. Aber das war sehr unangenehm. Ich überlegte, was kann ich tun, damit ich diese Toten nicht bei der Hand anpacken muss. Da hatte ich den Einfall, ein Hemd zu nehmen. Es gab ja überall welche, die liegen geblieben waren und machte daraus eine Art Strick, wandte ihn an die Hand und zog daran. Wir konnten all das nur aushalten, weil wir unschuldig waren. Niemand von uns hatte 20 Jahre Gefängnis bekommen oder hatte jemanden umgebracht. Einer hatte einen Großhandel für Bekleidung und er arbeitete im Krematorium. Einer von uns war ein Rechtsanwalt und arbeitete im Krematorium. Und einer hatte ein Reisebüro. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen. Ach ja, Carasso. Carasso. All diese Menschen mussten dort arbeiten. Wir waren Opfer. Das war eine Katastrophe und es gab keinen Ausweg. Es gab dort nichts. Als man die Toten zu den Öfen brachte, gab es zwei Leute, die in die Münder schauen mussten. Sie mussten die Zähne herausnehmen. Die Körper der Ermordeten wurden verwertet. Die SS wollte sich nichts entgehen lassen. Goldzähne und Haare. Die Goldzähne schmolz man teilweise noch in den Krematorien zu barren. Der Massenmord sollte sich auch finanziell lohnen. Jakob Silberberg lebt auch in Israel. Früher war er Bäcker. Seine Arbeit im Sonderkommando war, so sagt er, im Vergleich zu anderen Arbeiten körperlich nicht so schwer. Doch die seelische Last war groß. Man saß dabei auf toten Menschen, wie auf einer Kiste. Nicht wie auf einem Stuhl, sondern wie auf einem Polster. Das war das Leben dort. Wir haben, bevor die Leichen verbrannt wurden, den Toten die Ringe von den Fingern genommen und die Goldzähne gezogen. Alles, was wertvoll war, mussten wir für die Deutschen nehmen. Ich habe bekommen eine Schere, eine so große Schere, die die Schneider haben, die Haare von den Toten, die in den Auschwitz waren. Die SS hatte die Haare regelmäßig an eine Filzfabrik nach Nürnberg geliefert. Dies war der Rest. Nach der Vergasung wurden die Leichen von der Kammer da hinten hierher gebracht. Beim Ofen war eine Stahltrage, auf die man die Leichen legte. Diese Trage hatte vier Griffe. An jeder Seite zwei. Man legte die Trage auf diese Rolle hier. Und zu viert schob man die Leichen in den Ofen zur Verbrennung. Die Öfen der Krematorien, Sonderanfertigungen der Firma Topf und Söhne aus Erfurt. Bei den Verbrennungen musste es immer schnell gehen. Wenn man dann die Asche aus den Öfen holte, dann waren da immer noch größere Knochenteile dabei. Die SS wollte nicht, dass die übrig blieben. Wir hatten deshalb so eine extra Zementfläche und einige Leute mussten dann dort mit Stampfern die Knochen zerkleinern. Und sie stampften und stampften und stampften. Von den Menschen blieb nichts als Asche. Die Asche wurde unter anderem in diesem Teich auf dem Lagergelände geschüttet. Manchmal verwertete man sie auch im Straßenbau oder als Dünger. Die Männer des Sonderkommandos lebten ab 1944 innerhalb der Krematorien. Schliefen in Räumen nahe bei den Öfen. Ernährten sich von Lebensmittelresten, die die Opfer vor den Gaskammern zurückließen. Arbeiteten in Schichten rund um die Uhr. Wir waren Kameraden. Manchmal, wenn wir abends beisammensaßen, wenn das Licht aus war, dann haben wir über Zuhause gesprochen. Wir haben erzählt, woher wir kamen und wie unsere Eltern waren. Wir haben erzählt und manchmal haben wir ganz leise jüdische Lieder gesungen. Es war eine stille Atmosphäre. Wir standen uns sehr nahe. Wir wussten, was dem einen von uns geschieht, wird auch dem anderen geschehen. Diese Fotos wurden im August 1944 heimlich aufgenommen und sind die einzigen Fotodokumente, auf denen Sonderkommando-Häftlinge bei der Arbeit zu sehen sind. Sie belegen, nicht nur in den Öfen der Krematorien wurden Leichen verbrannt. Kamen viele Transporte, waren die Öfen überlastet. Damit der Vernichtungsprozess weiterlaufen konnte, schichtete man die Leichen in Gruben auf. Die SS setzte die Scheiterhaufen in Brand. Nach der Vergasung zogen wir sie heraus zu den Gruben. Dort, die beiden Gruben. Wir warfen dann die Toten auf den Scheiterhaufen. In den Krematorien war es immer noch besser als draußen an den Verbrennungsgruben. Dort war alles noch viel drastischer. Dort haben die SS-Leute manchmal auch Kinder gepackt und sie lebendig ins Feuer geworfen. Die SS-Leute dort waren ganz besonders unbarmherzig. An einem Abend kam dann auch noch ein LKW. Er kippte seine Ladefläche und da fielen die Körper von alten Menschen, die nicht zu Fuß gehen konnten, herunter. Diese Menschen hat man dort direkt lebendig in das Feuer hineingeworfen. Das wird mir immer im Kopf bleiben. Das werde ich nie vergessen. Lebendig hat man sie ins Feuer geworfen. Ausgraubungen auf dem ehemaligen Lagergelände in den 60er Jahren. Archäologen finden die Aufzeichnungen von Saman Leventhal, einem Sonderkommando-Häftling. Schon 1945 hatte man hier erstmals Texte der sogenannten Chronisten gefunden, heimlich vergraben. Diese Männer wussten, dass sie Augenzeugen eines in der Geschichte einmaligen Vorganges waren. Und sie fürchteten, dass niemand von ihnen überleben und damit niemand der Nachwelt das Innenleben der Krematorien überliefern könnte. Unter Lebensgefahr verschafften sie sich Schreibmaterialien. Und dabei dokumentierten sie auch den einzigen Aufstand, den Auschwitz je erlebte. Revolte. Wir waren revoltiert. Hier auf dem Gelände des Krematoriums Nummer 4 kam es am 7. Oktober 1944 zu bewaffneten Aufstand. Sonderkommando-Häftling Salman Leventhal beschrieb, was geschah. Sie erhoben einen lauten Schrei, warfen sich mit Hämmern und Äxten auf die Wächter, verwundeten einige von ihnen und schlugen die übrigen, womit sie nur konnten, und bewarfen sie einfach mit Steinen. So ein kurzer Teil seines Textes. Der Aufstand der Sonderkommando-Häftlinge scheiterte. 180 fielen hier im Kugelhagel der SS. Die übrigen trieb man zusammen. Zu ihnen gehörte auch Henrik Mandelbaum. Die Wachmannschaften kamen angefahren. Auch der Chef des Lagers kam. Er brüllte, was uns eigentlich einfiele. Dann mussten wir uns hier auf die Erde legen, Gesicht nach unten, Hände auf den Rücken. Und jeder Dritte wurde in den Hinterkopf geschossen. Und mir ging das vorbei. Sozusagen. Es hat uns aus einem Grund mit Stolz erfüllt. Die Deutschen haben niemals gedacht, dass Juden ohne Waffen sozusagen mit nichts versuchen würden, so einen Aufstand zu machen. Auch wenn es nicht erfolgreich war. Aber es hat ihnen gezeigt, dass wenn wir etwas zum Kämpfen gehabt hätten, hätten wir auch kämpfen können. Ende Oktober 1944 wurden die Vergasungen in Birkenau eingestellt. Die übrig gebliebenen Sonderkommando-Häftlinge standen als Zeugen des Massenmords vor der eigenen Ermordung. Doch sollten sie zuvor die letzten Spuren beseitigen, die Krematorien abreißen. Als die Rote Armee vorrückte, zwang die SS die Gefangenen überstürzt zu einem Marsch in andere Lager. Darunter auch die letzten 100 Sonderkommando-Häftlinge. Etwa 80 von ihnen überlebten. Auch Hendrik Mandelbaum. Es ist ein Sonntag und an der spanischen Treppe in Rom flanieren Touristen und Einheimische. Das berühmte Café Greco ist gut besetzt. Und im hinteren Teil des Cafés, dort wo es noch leer ist, sitzt Hendrik Mandelbaum und wartet. Er wartet auf Schlomo Venezia, seinen Mithäftling, seinen Freund aus vergangenen Tagen. Oh, mein Lieber. So lange, so viele. So lange, so lange. 55 Jahre. 55 Jahre. Ja, 50 Jahre, habe ich schon nicht gesagt. Was kannst du machen? Nichts zu machen. Jetzt muss man nur denken, was war. Solche Zeiten waren. Solche Zeiten. Aber wir haben überlebt. Sie haben überlebt, Hendrik Mandelbaum und Schlomo Venezia. Sie schauen sich ein und sprechen. Es ist, als ob das halbe Jahrhundert nie vergangen wäre. Und zu viert schob man die Leichen in den Ofen zur Verbrennung. Die Öfen der Krematorien. Sondereinfertigungen der Firma Topf und Söhne aus Erfurt. Bei den Verbrennungen musste es immer schnell gehen. Wenn man dann die Asche aus den Öfen holte, dann waren da immer noch größere Knochenteile dabei. Die SS wollte nicht, dass die übrig blieben. Wir hatten deshalb so eine extra Zementfläche und einige Leute mussten dann dort mit Stampfern die Knochen zerkleinern. Und sie stampften und stampften und stampften. Von den Menschen blieb nichts als Asche. Die Asche wurde unter anderem in diesen Teich auf dem Lagergelände geschüttet. Manchmal verwertete man sie auch im Straßenbau oder als Dünger. Die Männer des Sonderkommens. Er brüllte, was uns eigentlich einfiele. Dann mussten wir uns hier auf die Erde legen, Gesicht nach unten, Hände auf den Rücken. Und jeder Dritte wurde in den Hinterkopf geschossen. Und mir ging das vorbei. Sozusagen. Es hat uns aus einem Grund mit Stolz erfüllt. Die Deutschen haben niemals gedacht, dass Juden ohne Waffen sozusagen mit nichts versuchen würden, so einen Aufstand zu machen. Auch wenn es nicht erfolgreich war. Aber es hat ihnen gezeigt, dass wenn wir etwas zum Kämpfen gehabt hätten, hätten wir auch kämpfen können. Wir können kämpfen. 80 von ihnen überlebten. Auch Hendrik Mandelbaum. Es ist ein Sonntag und an der spanischen Treppe in Rom flanieren Touristen und Einheimische. Das berühmte Café Greco ist gut besetzt. Und im hinteren Teil des Cafés, dort wo es noch leer ist, das kann man nicht vergessen. Die Leute sind nicht so schnell gestorben, wenn es dauert, zehn Minuten, zwölf Minuten. Aber die Leute sind von drin, der Körper von den Leuten explodiert. Die Leute explodieren. Einen sind die Augen draus gekommen, ein anderer. Es hängt ab, wie einer stark war. Die haben nicht können Atmen, natürlich. Und einer hat es gemacht von unten, anderer hat es gebrochen. Blut und verschiedene andere Sachen. Und wir sind geblieben von draußen und wir haben da geschreien, gehört. Hat gedauert fünf bis zehn Minuten. Hat man auch gehört, schreien. Nachher hat man nur gehört, atmen. Nach 20 Minuten haben die SS-Leute aufgemacht, die Tiere. Oh Gott, ich kann kaum daran denken, wie traurig es war, was mit den Menschen geschah. Diese Menschen, sie bissen sich in die Hände und sie machten, sie können sich das nicht vorstellen. Ich will mich nicht an das erinnern, was dort... Leute, die in die Münder schauen mussten. Sie mussten die Zähne herausnehmen. Die Körper der Ermordeten wurden verwertet. Die SS wollte sich nichts entgehen lassen. Goldzähne und Haare. Die Goldzähne schmolz man teilweise noch in den Krematorien zu Barren. Der Massenmord sollte sich auch finanziell lohnen. Jakob Silberberg lebt auch in Israel. Früher war er Bäcker. Seine Arbeit im Sonderkommando war, so sagt er, im Vergleich zu anderen Arbeiten körperlich nicht so schwer. Doch die seelische Last war groß. Man saß dabei auf toten Menschen, wie auf einer Kiste. Nicht wie auf einem Stuhl, sondern wie auf einem Polster. Das war das Leben dort. Wir haben, bevor die Leichen verbrannt wurden, den Toten die Ringe von den Fingern genommen und die Goldzähne gezogen. Alles, was wertvoll war, mussten wir für die Deutschen nehmen. Die Männer des Sonderkommandos lebten ab 1944 innerhalb der Krematorien. schliefen in Räumen nahe bei den Öfen. Ernährten sich von Lebensmittelresten, die die Opfer vor den Gaskammern zurückließen. Arbeiteten in Schichten rund um die Uhr. Wir waren Kameraden. Manchmal, wenn wir abends beisammen saßen, wenn das Licht aus war, dann haben wir über Zuhause gesprochen. Wir haben erzählt, woher wir kamen und wie unsere Eltern waren. Wir haben erzählt und manchmal haben wir ganz leise jüdische Lieder gesungen. Es war eine stille Atmosphäre. Wir standen uns sehr nahe. Wir wussten, was dem einen von uns geschieht, wird auch dem anderen geschehen. Diese Fotos wurden im August 1944 heimlich aufgenommen und sind die einzigen Fotodokumente, auf denen Sonderkommando-Häftlinge bei der Arbeit zu sehen sind. Sie belegen, nicht nur in den Öfen der Krematorien wurden Leichen verbrannt. Kamen viele Transporte, waren die Öfen überlastet. Damit der Vernichtungsprozess weiterlaufen konnte, schichtete man die Leichen in Gruben auf. Die SS setzte die Scheiterhaufen in Brand. Nach der Vergasung zogen wir sie heraus zu den Gruben. Dort, die beiden Gruben. Wir warfen dann die Toten auf den Scheiterhaufen. Als ich dort ankam, wusste ich, dass im Sonderkommando immer mindestens 200 Männer arbeiteten. Also fragte ich diejenigen, die noch dort waren, wo denn die anderen Männer hin seien. Sie antworteten, weißt du, die haben ihre Methoden, die bringen immer wieder neue Männer ins Kommando, als Ersatz für die, die sie umbringen. Damit wollen sie verhindern, dass am Ende des Krieges noch irgendeiner am Leben ist, der die ganze Geschichte erzählen kann. Sie sind sehr vorsichtig und tauschen die Leute immer wieder aus. Der französische Maler David Olaire, er starb bereits 1985. Auch er war Häftling im Sonderkommando. Was er gesehen und erlebt hat, band er auf Papier und Leinwand. Seine ersten Zeichnungen entstanden unmittelbar nach der Befreiung 1945. David Olaire wollte seine Erinnerungen so schnell wie möglich für die Nachwelt erhalten, ehe er irgendein Detail vergessen konnte. Es ist angekommen ein Transport, ungefähr 1500 Menschen auf einmal. Meistens Frauen mit Kindern, kleine Kinder auf der Arm und ältere Menschen. Beim Ofen war eine Stahltrage, auf die man die Leichen legte. Diese Trage hatte vier Griffe. An jeder Seite zwei. Man legte die Trage auf diese Rolle hier. Und zu viert schob man die Leichen in den Ofen zur Verbrennung. Die Öfen der Krematorien, Sonderanfertigungen der Firma Topf und Söhne aus Erfurt. Bei den Verbrennungen musste es immer schnell gehen. Wenn man dann die Asche aus den Öfen holte, dann waren da immer noch größere Knochenteile dabei. Die SS wollte nicht, dass die übrig blieben. Wir hatten deshalb so eine extra Zementfläche und einige Leute mussten dann dort mit Stampfern die Knochen zerkleinern. Und sie stampften und stampften und stampften. Schliefen in Räumen nahe bei den Öfen. Ernährten sich von Lebensmittelresten, die die Opfer vor den Gaskammern zurückließen. Arbeiteten in Schichten rund um die Uhr. Wir waren Kameraden. Manchmal, wenn wir abends beisammensaßen, wenn das Licht aus war, dann haben wir über Zuhause gesprochen. Wir haben erzählt, woher wir kamen und wie unsere Eltern waren. Wir haben erzählt und manchmal haben wir ganz leise jüdische Lieder gesungen. Es war eine stille Atmosphäre. Wir standen uns sehr nahe. Wir wussten, was dem einen von uns geschieht, wird auch dem anderen geschehen. Diese Fotos wurden im August 1944 heimlich aufgenommen und sind die einzigen Fotodokumente, auf denen Sonderkommando-Häftlinge bei der Arbeit zu sehen sind. Sie belegen, nicht nur in den Öfen der Krematorien wurden Leichen verbrannt. Kamen viele Transporte, waren die Öfen überlastet. Damit der Vernichtungsprozess weiterlaufen konnte, schichtete man die Leichen in Gruben auf. Die SS setzte die Scheiterhaufen in Brand. Nach der Vergasung zogen wir sie heraus zu den Gruben. Dort, die beiden Gruben. Wir warfen dann die Toten auf den Scheiterhaufen. Die Leute sehen mich an und sagen, das ist ja ein Verbrecher, weil ich die Toten verbrannt habe. Habe ich das aus eigenem Willen getan? Habe ich das getan? Ich habe das getan, weil ich es tun musste. Schließlich getötet haben die Deutschen. Nicht ich habe getötet. Es gab aber keinen Ausweg. Denn wie ich schon sagte, ich wollte leben. Ich kämpfte darum zu überleben. Ich wollte nicht als junger Mensch zur Hinrichtung gehen. Von selbst. Einfach so. Von den Sonderkommando-Häftlingen haben doch nur ganz wenige überlebt. Israel in den 60er Jahren. Damals begegneten viele, vor allem junge Israelis, den Überlebenden der Vernichtungslager mit dem Vorwurf, sie hätten ohne Gegenwehr der Vernichtung des eigenen Volkes zugeschaut, seien schwach und nur auf das eigene Überleben bedacht gewesen. Mancher Sonderkommando-Häftling schwieg seitdem, fühlte sich unverstanden. Lemke Plischko lebt in einem Kibbutz. Wer nicht in Auschwitz war, sagt er, wird es nie verstehen. Wissen Sie, man gewöhnt sich an alles. Wer das nicht weiß, der muss lernen, dass das Leben so ist. Jeder will noch einen Tag leben. Prozent verrückt. Aber der Gedanke, dass wir unschuldig waren, das ließ uns überleben. Das war das Gefühl. Bis heute kann ich nicht damit leben. Die Nächte sind sehr lang. Ich bin krank. Ich habe gerade einen Hirnschlag hinter mir. Am Donnerstag gehe ich zu einem Psychiater, damit er mir etwas verschreibt. Vielleicht kann er etwas tun, damit ich nicht so sehr leiden muss. Es ist alles unfassbar gewesen. Wenn wir die Gaskammer öffneten, sahen wir, dass diese Menschen im Stehen gestorben waren. Einer neben dem anderen. Die Köpfe geneigt. Die Gaskammer waren nicht so leiden. Die Gaskammer waren nicht so leiden. Alles war voller Kot. Und die Dinge, die sie mitgenommen hatten, Handtücher, Seife und Wertsachen, lagen auf dem Boden herum. Man kann nicht sagen, wir haben sich daran gewöhnt, weil der Schmerz war groß. Wir haben sehr viel gelitten. Wenn ihr gut arbeitet, wenn ihr gehorchsam seid, dann habt ihr das Glück, die Chance, drei Monate zu leben. Das gehe ich nicht durch. Morgen früh sagte ich mir, gehe ich zum elektrischen Zorn und bringe mich um. Ich habe gewusst, dass wir alle nicht draus von dem, dass wir sind hier, um zu arbeiten und zu steuern. In der Nacht dachte ich dann, dass es doch nicht so weise ist, sich umzubringen. Man muss weiterleben, um den Menschen zu erzählen, was ich gesehen habe und was ich gezwungen war zu tun. Die Häftlinge des Sonderkommandos lebten zunächst im Block 13 des Männerlagers in Birkenau. Besonders scharf bewacht von der SS. Kontakt zu anderen Häftlingen war untersagt. Ihre Arbeit sollte geheim bleiben. Immer wieder wurden sie gruppenweise liquidiert. Das Sonderkommando war von den anderen Häftlingen isoliert. Wir hatten eigene Räume. Das heißt, die Baracken waren von den anderen getrennt. Der Kontakt zu anderen Häftlingen war nicht erlaubt. Und zwar deshalb, damit andere Häftlinge nicht die genaue Wahrheit darüber erfuhren, was in den Krematorien... Shaul Hassan ist 1924 in Saloniki geboren. Nach dem Krieg wanderte er nach Israel aus. Auch er hat seine Erinnerungen an das Sonderkommando lange für sich behalten. Nicht Scham oder Schuldgefühle hinderten ihn zu sprechen, sondern die Angst um sein seelisches Gleichgewicht. Er wollte vergessen, die grausamen Bilder in seinem Kopf auslöschen. Was man dort sehen musste. Ein Mensch wird darüber wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, wie ich darüber sprechen kann. Eigentlich müsste man dort 100% verrückt rauskommen. Nicht 99, 100% verrückt. Aber der Gedanke, dass wir unschuldig waren, das ließ uns überleben. Das war das Gefühl. Bis heute kann ich nicht damit leben. Die Nächte sind sehr lang. Ich bin krank. Ich habe gerade einen Hirnschlag hinter mir. Am Donnerstag gehe ich zu einem Psychiater, damit er mir etwas verschreibt. Vielleicht kann er etwas tun, damit ich nicht so sehr leiden muss. Es ist alles unfassbar gewesen. Israel in den 60er Jahren. Damals begegneten viele, vor allem junge Israelis, den Überlebenden der Vernichtungslager mit dem Vorwurf, sie hätten ohne Gegenwehr der Vernichtung des eigenen Volkes zugeschaut. Seien schwach und nur auf das eigene Überleben bedacht gewesen. Mancher Sonderkommando-Häftling schwieg seitdem, fühlte sich unverstanden. Lemke Plischko lebt in einem Kibbutz. Wer nicht in Auschwitz war, sagt er, wird es nie verstehen. Wissen Sie, man gewöhnt sich an alles. Wer das nicht weiß, der muss lernen, dass das Leben so ist. Jeder will noch einen Tag leben. Aber der Gedanke, dass wir unschuldig waren, das ließ uns überleben. Das war das Gefühl. Bis heute kann ich nicht damit leben. Die Nächte sind sehr lang. Ich bin krank. Ich habe gerade einen Hirnschlag hinter mir. Am Donnerstag gehe ich zu einem Psychiater, damit er mir etwas verschreibt. Vielleicht kann er etwas tun, damit ich nicht so sehr leiden muss. Es ist alles unfassbar gewesen. Wenn wir die Gaskammer öffneten, sahen wir, dass diese Menschen im Stehen gestorben waren. Einer neben dem anderen. Die Köpfe geneigt. Alles war voller Kot. Und die Dinge, die sie mitgenommen hatten, Handtücher, Seife und Wertsachen, lagen auf dem Boden herum. Man kann nicht sagen, wir haben sich daran gewöhnt. Weil der Schmerz war groß. Wir haben sehr viel gelitten. Wenn ihr gut arbeitet, wenn ihr gehorchsam seid, dann habt ihr das Glück, die Chance, drei Monate zu leben. Das gehe ich nicht durch. Morgen früh, sagte ich mir, gehe ich zum elektrischen Zorn und bringe mich um. Ich habe gewusst, dass wir alle nicht auszunehmen, dass wir sind hier, um zu arbeiten und zu sterben. In der Nacht dachte ich dann, dass es doch nicht so weise ist, sich umzubringen. Man muss weiterleben, um den Menschen zu erzählen, was ich gesehen habe und was ich gezwungen war zu tun. Tier, was dort war. Aber es hat nichts geholfen. Man hat sich reingestoßen. Und die Tiere zugemacht. Hier an der Mauer waren zwei Fenster. Dadurch warfen SS-Männer Zyklon B hinein. Es kam darauf an, wie viel, zwei oder drei Büchsen. Das Zyklon hatte die Eigenschaft, es war wie Nebel. Und wenn die Menschen einatmeten, also wenn sie Luft holten, so nahmen sie das in sich auf. Sie wissen, was heißt das Sticken, ein Mensch. 15, 20 Minuten. Wir haben die Schreien gehört von den Leuten. Wir haben gehört, sie schreien, Schmai Israel. Und sie schreien und sie weinen. Das kann man nicht vergessen. Die Leute sind nicht so schnell gestorfen, wenn es dauert, zehn Minuten, zwölf Minuten. Aber die Leute sind von drin, der Körper von den Leuten explodiert. Einen sind die Augen draus gekommen, ein anderer. Es hängt ab, wie einer stark war. Die haben nicht können atmen, natürlich. Und einer hat es gemacht von unten, der andere hat gebrochen, Blut und verschiedene andere Sachen. Und wir sind geblieben von draußen und wir haben da geschreien, gehört. Hat gedauert, fünf bis zehn Minuten hat man auch gehört, schreien. Nachher hat man nur gehört, atmen. Und nach 20 Minuten haben die SS-Leute aufgemacht, die Tiere. Oh Gott, ich kann kaum daran denken, wie traurig es war, was mit den Menschen geschah. Diese Menschen, sie bissen sich in die Hände und sie machten, sie können sich das nicht vorstellen. Ich will mich nicht an das erinnern, was dort geschah. Die Leute sehen mich an und sagen, das ist ja ein Verbrecher, weil ich die Toten verbrannt habe. Habe ich das aus eigenem Willen getan? Habe ich das getan? Ich habe das getan, weil ich es tun musste. Schließlich getötet haben die Deutschen. Nicht ich habe getötet. Die übrigen trieb man zusammen. Zu ihnen gehörte auch Henrik Mandelbaum. Die Wachmannschaften kamen angefahren. Auch der Chef des Lagers kam. Er brüllte, was uns eigentlich einfiele. Dann mussten wir uns hier auf die Erde legen, Gesicht nach unten, Hände auf den Rücken. Und jeder Dritte wurde in den Hinterkopf geschossen. Und mir ging das vorbei. Sozusagen. Es hat uns aus einem Grund mit Stolz erfüllt. Die Deutschen haben niemals gedacht, dass Juden ohne Waffen sozusagen mit nichts versuchen würden, so einen Aufstand zu machen. Auch wenn es nicht erfolgreich war. Aber es hat ihnen gezeigt, dass wenn wir etwas zum Kämpfen gehabt hätten, hätten wir auch kämpfen können. Und wir können kämpfen. Es ist ein Sonntag und an der spanischen Treppe in Rom flanieren Touristen und Einheimische. Das berühmte Café Greco ist gut besetzt. Und im hinteren Teil des Cafés, dort wo es noch leer ist, sitzt Henrik Mandelbaum und wartet. Er wartet auf Schlomo Venezia, seinen Mithäftling, seinen Freund aus vergangenen Tagen. Und in der Nacht. Weser, meine Lieber, mein Lieber. So lange, so viele Zeit, so lange Zeit, 55 Jahre, 50 Jahre, 50 Jahre, was kannst du machen? Nichts zu machen, jetzt muss man nur denken, was war, solche Zeiten waren, solche Zeiten, aber wir haben vielleicht was. Sie haben überlebt, Henrik Mandelbaum und Schlomo Venezia. Sie schauen sich an und sprechen. Es ist, als ob das halbe Jahrhundert nie vergangen wäre. Acker auf diese Rolle hier. Und zu viert schob man die Leichen in den Ofen zur Verbrennung. Von den Menschen blieb nichts als Asche. Die Asche wurde unter anderem in diesem Teich auf dem Lagergelände geschüttet. Manchmal verwertete man sie auch im Straßenbau oder als Dünger. Er brüllte, was uns eigentlich einfiele. Dann mussten wir uns hier auf die Erde legen, Gesicht nach unten, Hände auf den Rücken. Und jeder Dritte wurde in den Hinterkopf geschossen. Und mir ging das vorbei. Sozusagen. Es hat uns aus einem Grund mit Stolz erfüllt. Die Deutschen haben niemals gedacht, dass Juden ohne Waffen sozusagen mit nichts versuchen würden, so einen Aufstand zu machen. Auch wenn es nicht erfolgreich war. Aber es hat ihnen gezeigt, dass wenn wir etwas zum Kämpfen gehabt hätten, hätten wir auch kämpfen können. Ende Oktober 1944 wurden die Vergasungen in Birkenau eingestellt. Die übrig gebliebenen Sonderkommando-Häftlinge standen als Zeugen des Massenmords vor der eigenen Ermordung. Doch sollten sie zuvor die letzten Spuren beseitigen, die Krematorien abreißen. Als die Rote Armee vorrückte, zwang die SS die Gefangenen überstürzt zu einem Marsch in andere Lager. Darunter auch die letzten 100 Sonderkommando-Häftlinge. Etwa 80 von ihnen überlebten. Auch Hendrik Mandelbaum. Es ist ein Sonntag und an der spanischen Treppe in Rom flanieren Touristen und Einheimische. Das berühmte Café Greco ist gut besetzt. Und im hinteren Teil des Cafés, dort wo es noch leer ist, das kann man nicht vergessen. Die Leute sind nicht so schnell gestochen, wenn es dauert, 10 Minuten, 12 Minuten. Aber die Leute sind von drin, der Körper von den Leuten, es ist explodieren. Einen sind die Augen draus gekommen, ein anderer. Es hängt ab, wie einer stark war. Die haben nicht können atmen, natürlich. Und einer hat es gemacht von unten, der andere hat gebrochen, Blut und verschiedene andere Sachen. Und wir sind geblieben von draußen und wir haben da geschreien, gehört. Hat gedauert fünf bis zehn Minuten. Hat man auch gehört, schreien. Nachher hat man nur gehört, atmen. Und nach 20 Minuten haben die SS-Leute aufgemacht. Die Tür hat gedauert, fünf bis zehn Minuten hat man auch gehört, schreien. Nachher hat man nur gehört, atmen. Nach 20 Minuten haben die SS-Leute aufgemacht, die Tür. Oh Gott, ich kann kaum daran denken, wie traurig es war, was mit den Menschen geschah. Diese Menschen, sie bissen sich in die Hände und sie machten, sie können sich das nicht vorstellen. Ich will mich nicht an das erinnern, was dort geschah. Die Leute sehen mich an und sagen, das ist ja ein Verbrecher, weil ich die Toten verbrannt habe. Habe ich das aus eigenem Willen getan? Habe ich das getan? Ich habe das getan, weil ich es tun musste. Schließlich getötet haben die Deutschen. Nicht ich habe getötet. Es gab aber keinen Ausweg, denn wie ich schon sagte, ich wollte leben. Ich kämpfte darum, zu überleben. Ich wollte nicht als junger Mensch zur Hinrichtung gehen, von selbst. Einfach so. Von den Sonderkommando-Häftlingen haben doch nur ganz wenige überlebt. Die Leute, die in der Sonderkommando-Häftlinge, haben doch nur ganz wenige überlebt. Israel in den 60er Jahren. Damals begegneten viele, vor allem junge Israelis, den Überlebenden der Vernichtungslager mit dem Vorwurf, sie hätten ohne Gegenwehr der Vernichtung des eigenen Volkes zugeschaut. Seien schwach und nur auf das eigene Überleben bedacht gewesen. Mancher Sonderkommando-Häftling schwieg seitdem, fühlte sich unverstanden. Lemke Plischko lebt in einem Kibbutz. Wer nicht in Auschwitz war, sagt er, wird es nie verstehen. Wissen Sie, man gewöhnt sich an alles. Wer das nicht weiß, der muss lernen, dass das Leben so ist. Jeder will noch einen Tag leben. Ich wollte nicht, dass darüber jemand Bescheid weiß. Warum? Ich habe mich geschämt. Auch meiner Frau habe ich es niemals erzählt. Den Kindern auch nicht. Die Tochter weiß schon ein bisschen mehr darüber. Aber sie hat gesagt, sie möchte nichts mehr darüber hören. Aber jetzt... Schaul Hassan ist 1924 in Saloniki geboren. Nach dem Krieg wanderte er nach... ...schliefen in Räumen nahe bei den Öfen. Ernährten sich von Lebensmittelresten, die die Opfer vor den Gaskammern zurückließen. Arbeiteten in Schichten rund um die Uhr. Wir waren Kameraden. Manchmal, wenn wir abends beisammensaßen, wenn das Licht aus war, dann haben wir über Zuhause gesprochen. Wir haben erzählt, woher wir kamen und wie unsere Eltern waren. Wir haben erzählt und manchmal haben wir ganz leise jüdische Lieder gesungen. Es war eine stille Atmosphäre. Wir standen uns sehr nahe. Wir wussten, was dem einen von uns geschieht, wird auch dem anderen geschehen. Diese Fotos wurden im August 1944 heimlich aufgenommen und sind die einzigen Fotodokumente, auf denen Sonderkommando-Häftlinge bei der Arbeit zu sehen sind. Sie belegen, nicht nur in den Öfen der Krematorien wurden Leichen verbrannt. Kamen viele Transporte, waren die Öfen überlastet. Damit der Vernichtungsprozess weiterlaufen konnte, schichtete man die Leichen in Gruben auf. Die SS setzte die Scheiterhaufen in Brand. Nach der Vergasung zogen wir sie heraus zu den Gruben. Dort, die beiden Gruben. Wir warfen dann die Toten auf den Scheiterhaufen. Die Leute sehen mich an und sagen, das ist ja ein Verbrecher, weil ich die Toten verbrannt habe. Habe ich das aus eigenem Willen getan? Habe ich das getan? Ich habe das getan, weil ich es tun musste. Schließlich getötet haben die Deutschen. Nicht ich habe getötet. Es gab aber keinen Ausweg. Denn wie ich schon sagte, ich wollte leben. Ich kämpfte darum, zu überleben. Ich wollte nicht als junger Mensch zur Hinrichtung gehen. Von selbst. Einfach so. Von den Sonderkommando-Häftlingen haben doch nur ganz wenige überlebt. Israel in den 60er Jahren. Damals begegneten viele, vor allem junge Israelis, den Überlebenden der Vernichtungslager mit dem Vorwurf, sie hätten ohne Gegenwehr der Vernichtung des eigenen Volkes zugeschaut. Seien schwach und nur auf das eigene Überleben bedacht gewesen. Mancher Sonderkommando-Häftling schwieg seitdem, fühlte sich unverstanden. Lemke Plischko lebt in einem Kibbutz. Wer nicht in Auschwitz war, sagt er, wird es nie verstehen. Wissen Sie, man gewöhnt sich an alles. Wer das nicht weiß, der muss lernen, dass das Leben so ist. Gehört, hat gedauert fünf bis zehn Minuten. Hat man auch gehört schreien. Nachher hat man nur gehört atemen. Und nach 20 Minuten haben die SS-Leute aufgemacht, die Tiere. Oh Gott, ich kann kaum daran denken, wie traurig es war, was mit den Menschen geschah. Diese Menschen, sie bissen sich in die Hände und sie machten, sie können sich das nicht vorstellen. Ich will mich nicht an das erinnern, was dort... Leute, die in die Münder schauen mussten. Sie mussten die Zähne herausnehmen. Die Körper der Ermordeten wurden verwertet. Die SS wollte sich nichts entgehen lassen. Goldzähne und Haare. Die Goldzähne schmolz man teilweise noch in den Krematorien zu Barren. Der Massenmord sollte sich auch finanziell lohnen. Jakob Silberberg lebt auch in Israel. Früher war er Bäcker. Seine Arbeit im Sonderkommando war, so sagt er, im Vergleich zu anderen Arbeiten körperlich nicht so schwer. Doch die seelische Last war groß. Man saß dabei auf toten Menschen, wie auf einer Kiste. Nicht wie auf einem Stuhl, sondern wie auf einem Polster. Das war das Leben dort. Wir haben, bevor die Leichen verbrannt wurden, den Toten die Ringe von den Fingern genommen und die Goldzähne gezogen. Alles, was wertvoll war, mussten wir für die Deutschen nehmen. Die Männer des Sonderkommandos lebten ab 1944 innerhalb der Krematorien. schliefen in Räumen nahe bei den Öfen. Ernährten sich von Lebensmittelresten, die die Opfer vor den Gaskammern zurückließen. Arbeiteten in Schichten rund um die Uhr. Wir waren Kameraden. Manchmal, wenn wir abends beisammensaßen, wenn das Licht aus war, dann haben wir über Zuhause gesprochen. Wir haben erzählt, woher wir kamen und wie unsere Eltern waren. Wir haben erzählt und manchmal haben wir ganz leise jüdische Lieder gesungen. Es war eine stille Atmosphäre. Wir standen uns sehr nahe. Wir wussten, dort, wo es noch leer ist, das kann man nicht vergessen. Die Leute sind nicht so schnell gestochten, wenn es dauert, zehn Minuten, zwölf Minuten. Aber die Leute sind von drin, der Körper von den Leuten explodiert. Einen sind die Augen draus gekommen, ein anderer. Es hängt ab, wie einer stark war. Die haben nicht können Atmen, natürlich. Und einer hat es gemacht von unten, der andere hat gebrochen, Blut und verschiedene andere Sachen. Und wir sind geblieben von draußen und wir haben da geschreien, gehört. Hat gedauert fünf bis zehn Minuten. Hat man auch gehört, schreien. Nachher hat man nur gehört, atmen. Und nach 20 Minuten haben die SS-Leute aufgemacht, die Tiere. Oh Gott, ich kann kaum daran denken, wie traurig es war, was mit den Menschen geschah. Diese Menschen, sie bissen sich in die Hände und sie machten, sie können sich das nicht vorstellen. Ich will mich nicht an das erinnern, was dort... Die Leute, die in die Münder schauen mussten. Sie mussten die Zähne herausnehmen. Die Körper der Ermordeten wurden verwertet. Die SS wollte sich nichts entgehen lassen. Goldzähne und Haare. Die Goldzähne schmolz man teilweise noch in den Krematorien zu barren. Der Massenmord sollte sich auch finanziell lohnen. Jakob Silberberg lebt auch in Israel. Früher war er Bäcker. Seine Arbeit im Sonderkommando war, so sagt er, im Vergleich zu anderen Arbeiten körperlich nicht so schwer. Doch die seelische Last war groß. Man saß dabei auf toten Menschen, wie auf einer Kiste. Nicht wie auf einem Stuhl, sondern wie auf einem Polster. Das war das Leben dort. Wir haben, bevor die Leichen verbrannt wurden, den Toten die Ringe von den Fingern genommen und die Goldzähne gezogen. Alles, was wertvoll war, mussten wir für die Deutschen nehmen. Die Häftlinge des Sonderkommandos lebten zunächst im Block 13 des Männerlagers in Birkenau. Besonders scharf bewacht von der SS. Kontakt zu anderen Häftlingen war untersagt. Ihre Arbeit sollte geheim bleiben. Immer wieder wurden sie gruppenweise liquidiert. Das Sonderkommando war von den anderen Häftlingen isoliert. Wir hatten eigene Räume. Das heißt, die Baracken waren von den anderen getrennt. Der Kontakt zu anderen Häftlingen war nicht erlaubt. Und zwar deshalb, damit andere Häftlinge nicht die genaue Wahrheit darüber erfuhren, was in den Krematorien vor sich ging. Als ich dort ankam, wusste ich, dass im Sonderkommando immer mindestens 200 Männer arbeiteten. Also fragte ich diejenigen, die noch dort waren, wo denn die anderen Männer hin seien. Sie antworteten, weißt du, die haben ihre Methoden, die bringen immer wieder neue Männer ins Kommando, als Ersatz für die, die sie umbringen. Damit wollen sie verhindern, dass am Ende des Krieges noch irgendeiner am Leben ist, der die ganze Geschichte erzählen kann. Sie sind sehr vorsichtig und tauschen die Leute immer wieder aus. Der französische Maler David Olaire, er starb bereits 1985. Auch er war Häftling im Sonderkommando. Was er gesehen und erlebt hat, band er auf Papier und Leinwand. Seine ersten Zeichnungen entstanden unmittelbar nach der Befreiung 1945. David Olaire wollte seine Erinnerungen so schnell wie möglich für die Nachwelt erhalten, ehe er irgendein Detail vergessen konnte. Es ist angekommen ein Transport. Ungefähr 1500 Menschen auf einmal. Meistens Frauen mit Kindern, kleine Kinder auf den Armen und ältere Menschen. Als ein Transport angekommen ist, haben sie bekommen einen Befehl, herein, schnell in die Auskleidungskammer, ausziehend, die Kleider, ganz nackt. Sie soll sie ausziehen und achtgeben auf ihre Sache. Dort in der Wände waren die Hänge mit der Nummer. Alles war voller Kot und die Dinge, die sie mitgenommen hatten, Handtücher, Seife und Wertsachen, lagen auf dem Boden herum. Man kann nicht sagen, wir haben sich daran gewöhnt, weil der Schmerz war groß. Wir haben sehr viel gelitten, dass wir das alles gesehen haben. An jedem Transport, dass wir sind rein, nach der Vergasung, haben wir geguckt auf die Gesichter, ob Bekannte da sind und Familie hier ist. Es war fürchterlich. Es war ja nicht so, dass die Deutschen die Menschen töteten und wir bringen sie dann einfach irgendwo hin. Die Toten klebten aneinander, obwohl ja die Vergasung nicht lange gedauert hat, etwa zehn Minuten. Wir konnten sie kaum voneinander lösen. Es war eine Sklavenarbeit. Wir haben gesagt, jemand soll dort in der Ecke gehen, tief, natürlich, wo die Leichen sind gestanden. Es war so. Also es ist gegangen bis zum Ende. Es ist streng geblieben, dort eine Sekunde, zwei Sekunde. Hat geschaut, von wo kommt die See? Es war ein kleines Kind von ungefähr zwei Monaten, wo er war, in der Brust von der Mutter hat er gezuckt, wie sagt man, Milch. Und vielleicht die Mutter, bis wann war leben, sie hatte Milch gehabt. Aber nachdem die Mutter gestorben ist, hat er nicht mehr Milch bekommen. Und vielleicht war er ungeheuer. Er hat angefangen, die Kinder weinen, nur weinen. Man hat ihn immer rausgenommen von dort. Während eine Gruppe die Leichen fortschleppte, mussten andere Männer die Gaskammer reinigen. Blut, Kot, Urin, Erbrochenes, die verdächtigen Spuren des Todeskampfes wurden restlos abgewaschen. Als ob nichts gewesen wäre. Sauber und bereit für den nächsten Transport. Als ich dort arbeitete, wollte ich diese Toten erst an der Hand greifen. Aber das war sehr unangenehm. Ich überlegte, was kann ich tun, damit ich diese Toten nicht bei der Hand anpacken muss. Da hatte ich den Einfall, ein Hemd zu nehmen. Es gab ja überall welche, die liegen geblieben waren. und machte daraus eine Art Strick, band ihn an die Hand und zog daran. An einem Abend kam dann auch noch ein LKW. Er kippte seine Ladefläche und da fielen die Körper von alten Menschen, die nicht zu Fuß gehen konnten, herunter. Diese Menschen hat man dort direkt lebt. lebendig in das Feuer hineingeworfen. Das wird mir immer im Kopf bleiben. Das werde ich nie vergessen. Lebendig hat man sie ins Feuer geworfen. Lebendig. Ausgrabungen auf dem ehemaligen Lagergelände in den 60er Jahren. Archäologen finden die Aufzeichnungen von Salman Leventhal, einem Sonderkommando-Häftling. Schon 1945 hatte man hier erstmals Texte der sogenannten Chronisten gefunden, heimlich vergraben. Diese Männer wussten, dass sie Augenzeugen eines in der Geschichte einmaligen Vorganges waren. Und sie fürchteten, dass niemand von ihnen überleben und damit niemand der Nachwelt das Innenleben der Krematorien überliefern könnte. Unter Lebensgefahr verschafften sie sich Schreibmaterialien. Und dabei dokumentierten sie auch den einzigen Aufstand, den Auschwitz je erlebte. Revolte. Wir waren revoltiert. Hier auf dem Gelände des Krematoriums Nummer 4 kam es am 7. Oktober 1944 zum bewaffneten Aufstand. Sonderkommando-Häftling Salman Leventhal beschrieb, was geschah. Sie erhoben einen lauten Schrei, warfen sich mit Hämmern und Äxten auf die Wächter, verwundeten einige von ihnen und schlugen die übrigen, womit sie nur konnten und bewarfen sie einfach mit Steinen. So ein kurzer Teil seines Textes. Der Aufstand der Sonderkommando-Häftlinge scheiterte. 180 fielen hier im Kugelhagel der SS. Die übrigen trieb man zusammen. Zu ihnen gehörte auch Henrik Mandelbaum. Die Wachmannschaften kamen angefahren. Auch der Chef des Lagers kam. Er bröte, was uns eigentlich einfiel. Dann mussten wir uns hier auf die Erde legen, Gesicht nach unten, Hände auf den Rücken. Und jeder Dritte wurde in den Hinterkopf geschossen. Und mir ging das vorbei. Sozusagen. Es hat uns aus einem Grund mit Stolz erfüllt. Die Deutschen haben niemals gedacht, dass Juden ohne Waffen sozusagen mit nichts versuchen würden, so einen Aufstand zu machen. Auch wenn es nicht erfolgreich war. Aber es hat ihnen gezeigt, dass wenn wir etwas zum Kämpfen gehabt hätten, hätten wir auch kämpfen können. Ende Oktober 1944 wurden die Vergasungen in Birkenau eingestellt. Die übrig gebliebenen Sonderkommandohäftlinge standen als Zeugen des Massenmords vor der eigenen Ermordung. Doch sollten sie zuvor die letzten Spuren beseitigen, die Krematorien abreißen. Sie hatteten dort, als wäre es ein Picknick. Ein Picknick? So gingen die Armen dann. Sie gingen zum Krematorium 5, dort im Wald, wo alles umzäunt war. Dort war nicht einmal zu sehen, dass es ein Krematorium gab. Wenn sie dort entlang gingen, war der Weg rechts und links umzäunt von Zweigen und Ästen. Von Weitem sah man noch nicht einmal den Kamin. Krematorium Nummer 5, wie es damals aussah. Heute sind hier nur noch Ruinen. Die SS sprengte es vor der Befreiung durch die Sowjets. Spurenbeseitigung. Doch als die Rote Armee das Gelände betrat, entdeckten sie, dass das ehemalige Gebäude mehr war als nur ein Krematorium. Sie fanden die Fundamente mehrerer Gaskammern und eines Verbrennungsraums. Darin Überreste menschlicher Asche. Ich schaue mir nie einen Toten an oder Unfälle. Das ist bis heute so, denn das bringt mich ganz durcheinander. Jeden Tag, wenn ich schlafen gehe und die Augen schließe, dann sehe ich das ganze Auschwitz. Dann habe ich das ganze Auschwitz vor Augen. Menschliche Körper brennen, rauchen mit Flammen. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Und dort musste ich dann arbeiten, bei diesen Toten, beim Verbrennen der Leichen. Es ist kein Feuer, das man löschen kann. Ich lebe damit, weil ich damit leben muss. Einmal am Tag steht Maurice Kesselmann in Miami Beach am Meer. Hier kann er seine Gedanken sammeln. Dass er noch lebt, empfindet er immer wieder als ein Wunder. 1944 kam der gebürtige Pole mit 16 Jahren ins Sonderkommando. Er war der Jüngste und die Kameraden versuchten, die schlimmsten Arbeiten von ihm fernzuhalten. Doch noch Jahrzehnte nach dem Krieg quälten ihn Albträume. Als ich neu in das Sonderkommando kam, war ich irgendwie aufgeregt. Es ist angekommen ein Transport. Ungefähr 1500 Menschen auf einmal. Meistens Frauen mit Kindern, kleine Kinder auf den Armen und ältere Menschen. Als ein Transport angekommen ist, haben sie bekommen ein Befehl, herein, schnell, in die Auskleidungskammer, ausziehend die Kleider, ganz nackt. Sie sollen sie ausziehen und achtgeben auf ihre Sache. Dort in der Wende waren die Hänge mit der Nummer. Soll man achtgeben, nicht vergessen die Nummer, weil sonst, wenn sie zurückkommen, werden sie nicht mehr finden. Wir mussten die Sachen aufpassen, auflegen und helfen, die ältere Menschen und Kinder ausziehen, ganz nackt. Eine ältere Dame, sie hat nicht gewusst, dass sie zum Tod geht. Und die haben müssen, dort kommen alle ganz nackt. ganz so. Und die Dame, leider, hat sie die Strümpfe, sei das etwa so, eine Strümpfe, sie runtergegangen und ich habe sie geholfen, wegzunehmen, weil ich habe gewusst, man hat auch nicht Zeit gehabt, weil sonst kommt die Deutschen mit uns. Also ich habe geholfen, auszuziehen und sie hat Angst gehabt, nicht zu verlieren, diese Strümpfe. Ich habe sie runtergenommen, sie hat sie raufgestorben. Während dem Ausziehen haben wir mit den Leuten gesprochen. Es waren viele Fragen von den Menschen. Wo befinden wir uns und was macht man mit uns hier? Wir waren in Schwierlichkeiten. Wir wollten kein Liegen sagen, die Leute. Und wir wollten auch nicht die Wahrheit sagen, genau, was mit ihnen passiert hier. Man hat uns dazu gezwungen. Wir waren doch ordentliche Menschen. Das war ein Unglück für uns. Ein Unglück. Was soll man sonst noch dazu sagen? Das war ein Schicksalsschlag. Wir sind geschlagene, vom Schicksal geschlagene. Darauf gibt es keine Antwort. Jeder, der dort hinkam. Man ermordete dort ganze Familien, Kinder. Es war eine Katastrophe. Wir haben alles gesehen. Aber du konntest ja nichts sagen. Denn selbst, wenn man es... ...die Kleider ganz nackt. Sie soll sie ausziehen und achtgeben auf ihre Sache. Dort in der Wende waren die Hänge mit der Nummer. Soll man achtgeben, nicht vergessen die Nummer, weil sonst, wenn sie zurückkommen, werden sie nicht mehr finden. Wir mussten die Sachen aufpassen, auflegen und helfen, die ältere Menschen und Kinder ausziehen ganz nackt. Eine ältere Dame, sie hat nicht gewusst, dass sie zum Tod geht. Und die haben müssen, dort kommen alle ganz nackt. So. Und die Dame, leider, hat sie die Strümpfe, sei das etwa so, eine Strümpfe heruntergegangen. Und ich habe sie geholfen, wegzunehmen, weil ich habe gewusst, man hat auch nicht Zeit gehabt, weil sonst konnte die Deutschen mit uns. Also ich habe geholfen, auszuziehen und sie hat Angst gehabt, nicht zu verlieren, diese Strümpfe. Ich habe sie runtergenommen, sie hat sie raufgestorben. Während dem Ausziehen haben wir mit den Leuten gesprochen. Es waren viele Fragen von den Menschen. Wo befinden wir uns und was macht man mit uns hier? Wir waren in Schwierlichkeiten. Wir wollten kein Liegen sagen, die Leute. Und wir wollten auch nicht die Wahrheit sagen, genau, was mit ihnen passiert hier. Man hat uns dazu gezwungen. Wir waren doch ordentliche Menschen. Das war ein Unglück für uns, ein Unglück. Was soll man sonst noch dazu sagen? Das war ein Schicksalsschlag. Wir sind Geschlagene, vom Schicksal Geschlagene. Darauf gibt es keine Antwort. Jeder, der dort hinkam. Man ermordete dort ganze Familien, Kinder. Es war eine Katastrophe. Wir haben alles gesehen, aber du konntest ja nichts sagen, denn selbst wenn man es den Menschen gesagt hätte, man hätte sie nur unglücklich gemacht und sich selbst dazu. Ein Wort und die SS machte dich fertig. kurzen Prozess, da gab es nichts. Keine jungen Männer sind da, nur die alten Männer sind bei uns und Frauen und Kinder, wo sind die Jungen? Was kommt hier vor? Wenn wir einmal erzählt haben, was hier vorkommt, war hysterisch, waren sie. Und die SS sind nachher angekommen und geschlagen und warum erzählt ihr, warum sagt ihr, ihr müsst einfach wissen, was wir haben,